Ja und ja, da bocht's allerweil mehr an mir. Und mich quält das Wissen. Hunger nach dem Leben. Der schwimmt wie ein Fettaug auf einer kalten Suppe. Als Kronzeuge wärt ihr vielleicht die Schulterfelden da lassen. Und du darfst sogar hoffen, dass du dir das Fögelfeuer versprach. Jetzt machen wir unser Hetz. Was denn? Was glaubst du? Wie treut ihr deinen Nazis? Gehre ich noch mit ihr? Ist keiner da? Hallo? Wie find ihr da? Ja und wie du da bist. Wenn ich mir denke, dass wir taten, was wir denken. Was denkst du dir? Annamir, was treiben denn wir da? Hallo, wo möchtest du? Und jetzt möchtest du die Fallen auch bei mir einschnappen lassen? So ist es. Machst du sie gern bei Annamir? Ja. Werden sie die Deine werden? Ja, die Hälfte ist es ja schon. Und die andere Hälfte? Ja, die stimmt schon noch. Was wäre, wenn ich eine andere Hälfte wäre? Magst du sie gern? Dein Annamir. Ja, aber nur wenn ich mit dir tanze. Nur da bin ich ganz außer mir. Außer dir bist du da. Ich will fragen. Da fangst du schlechte Wissen an. Ja, dann weg. Da bist du meiner, ne? Ja, weiß ich, Luca. Das kann ich dann schon sagen, was du vor Annamir ist. Die Lise ist die Weine. Ach so? Und was tust du da denn? Hinten mit meinem Annamir? Dein Annamir? Hast du sie gekauft? Kein zu dir. Die ist breit. Die tut, was sie will. Mach dir der Teufel ins Hör geschissen. Wannst du die nicht? Wenn du da noch einmal blicken darfst, dann kannst du was erleben. Ich bin die Rosel. Die Wirtschafterin beim Röhofer. Und wir brauchen keinen Zinkel da. Oh, spiel dir nicht so auf, als wenn du die Bäuerin wärst. Die haben ein Reib. Ja, das weiß ich wohl. Mein Gott. Tapfer ist sie. Was die alles am Hals hat da bei'n gekommen. Den Bolster nimmt sie so an und drückt ihn im Schlaf und sagt, mein liebster Du, lass mich nicht so allein. Das sagt sie zu mir nie. Da gibt's einen anderen. Der, der, der Wahnsinn, der Teufel ist los. Der, der, der Baskel, der Knecht vom Röhofer. Reißt dem, dem Annamir, der Mockt vom Röhofer. Im Heil, die Kleiner von Leuten. Kein. Und weiter? Weiter. Weiter nix. Was ist denn? Die Mann hat wieder einen Schlag gestraft, das Schicksal in dir umrührt und der Bodensatz hochkommt. Da heißt's, fair um, auf das deine Seele nicht Schaden nimmt. Ein feines Plätzchen da, der Bank. Was? Ankäufen? Heißt, allen ihm helfen. Beispielmäßig jetzt bei mir. Da häng ich zwei und fünf Kinder dran. Ein Sinnbild mit drei Bedeutungen. Ich sag da auf dem Spitz vom Baumelster. Und der hat was im Schnabel. Ha. Was die jetzt anstellen. Streiten kann man nicht. Rechnen kennt man sich nicht. Ja. Bemühen tust du dich. Aber ich spiel dich jetzt. Traum ich zu dir in einer Nacht. Und du tranchst dich weg. Es ist eine Wand zwischen uns. Aber jetzt sind Papiere auftaucht. Und wie dürft ihr die Mockt passen haben? Ja, demmer denkt nichts. Klingelt's doch nicht. Habt ihr es nie miteinander geredet? Was, habt ihr es jetzt mit uns gesehen? Du hast mich ein schlechtes Geschick. Du hast mir einen guten Hand gegeben. Ich verstehe dich. Please. Wer an sagt, muss an B sagen. Nein. Was ist denn los? Selep. Wer? Was hast du auf ihn eingeredet. Auf den Grillhofer. Wegen der Dirn, mit der er was gehabt hat. Dass sie wegen ihn auf die schiefe Bahn kommen werden. Und ein erbärmliches Leben hat, wenn sie überhaupt noch lebt. Und wir die leben. Können wir uns nicht aus ihm auf, gegenüber stellen und uns in die Augen schauen? Ja. Und was jetzt? Wir haben getanzt miteinander. Und dann waren wir im Hai. Und es war ja in ihr Zeit. Und wo es war, wenn ich bei der ganzen Klärung mein erklärter Freund war... Mein Gott, Grillhofer. Ihr Schau gseh's denn aus. Fehl. Schwach. Und bereit zum Gehen. Der Tod ist der Weib. Und heut Nacht war eine Damenwahl. Da wird's manche schon ganz schwer. Übergeben. Und überleben. Fast. Anders ist das Dienstag. Anteilnahmen am neuen Leben. Wo man die Last nehmen zum Traum hat. Hier ein Widerschwart. Und auch vomischen Kreis der Familie. Aber möge eine Person. Berechtigten Anspruch auf das Erbe des Grillhofs vorweisen können. Möge die sich mit einer Erfrischen melden. Ja, wer ist denn deine Mutter? Die Boltnerin. Und gewes ist der Magdbein. Und ich bin ihr Kind. Und Enkelkind. Was? Was? Du bist mein Kind? Das war der andere Schaf. Was für ein Freitgrillhofer. Das war wirklich für deine Leute. Wir kommen vor. Als wären die in der nächsten Stunde um 10 Jahre jünger waren. Ja, passt dich auch. Die ist halt ganz schnell aufs Herz. Ja, die ist Hupferfreit. Aber ungetragen. Ist deine Schuld an der Boltnerin noch lang nicht. Ich habe aber keinen Springer. Na. Und sie findet, dass er denn die kennen will? Ja, das folgt nicht. Soll ich erzählen wohl. Aber dass du dir weißt, wo ich meinte. Und dass er sich umgekehrt hat. Der gehört schon gut bei mir. Möge sie vielleicht nicht umarmen? Oder den Augen ihres Angeklaufen? So lieber gern. Wo denkst du denn hin? Ich sag allein. Grillhofer braucht dich vom gewissen Sohn nicht beißen lassen. Na, der ist ein gespassiger Doker. Ja. 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 Ja.